Hey Freunde, was geht? Hübi aka VerschwitztLP ist am Start und ich habe eigentlich kein großes Video für euch, aber ich denke eine ganz coole Ankündigung. Ich habe natürlich heute einige Anfragen bekommen, nicht nur einige, sondern ziemlich viele. Hübi, warum kommt heute kein Video? Hübi kommt heute noch ein Video. Das soll kein Video sein, in dem ich rumweine. Ich bin allgemein, ich versuche so wenig wie möglich mich über irgendwas zu beschweren oder rumzuweinen, wie hart mein Life ist. Dementsprechend lasst mich euch einfach sagen, ich habe einfach aktuell so viel zu tun, wie noch nie und leider haben all die Dinge, die ich zu tun habe, eine höhere Priorität, als YouTube Videos zu machen. Und ihr wisst, wie wichtig YouTube für mich ist. Dementsprechend wisst ihr auch hoffentlich, dass ich mich mehr als mies fühle, dass ich eigentlich kein richtiges Video bringen kann. Ich weiß natürlich nicht, wie es morgen aussieht, aber all das hat bald ein Ende. Ich fühle mich aktuell so ein bisschen wie lebendig begraben. Es gibt so viele Dinge, die ich so gern tun würde, die einfach alle mit YouTube, mit meiner Selbstständigkeit zu tun haben, aber es gibt leider noch größere Dinge, die das verhindern. Und es sind leider alles Dinge, die mir absolut keinen Spaß machen, aber da muss ich durch. Bald ist es vorbei. Aber wie gesagt, ich möchte mich nicht beklagen. Ich arbeite einfach weiter und hoffe, ich habe den ganzen Scheiß irgendwann bald hinter mir. Aber da ich euch nicht komplett ohne ein Lebenszeichen von mir heute lassen wollte, was ihr in Form von diesem Video habt, und ich euch auch nicht ohne, ich sage mal, was Cooles lassen wollte, kann ich heute endlich offiziell verkünden, dass meine eigene Single gemeinsam mit meinem Kumpel, die Spezi-Single, die schon in verschiedensten Videos eingeteasert wurde, die auch schon auf Instagram, wo der Videodreh schnell ein bisschen bekannt gegeben wurde. Ich kann jetzt offiziell das Cover bekannt geben. Das seht ihr hier. Und das Release-Datum. Und das ist Freitag in einer Woche. In acht Tagen, das müsste, glaube ich, der 2. August, soweit ich weiß, sein. Am Freitag, den 2. August, um 18 Uhr, geht das Musikvideo zu Spezi Online. Und der Track wird auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen sein. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music. Ich weiß gar nicht, worüber man sonst noch Musik hören kann, aber er wird überall verfügbar sein. Google Play Store. Ihr könnt ihn euch entweder kaufen oder streamen oder was weiß ich. Tut damit, was ihr wollt. Ich bin super gespannt. Die Bearbeitung des Musikvideos ist in den letzten Zügen. So, ich würde sagen, das Musikvideo ist so zu 70% fertig. Wie gesagt, der Track ist komplett fertig. Das ist auch schon abgegeben, weil Spotify eine gute Zeit lang braucht, bis sie den verfügbar schalten können. Aber nächsten Freitag um 18 Uhr ist es soweit. Ich bin enorm gespannt, was passiert. Ich persönlich muss sagen, dieser Track ist eigentlich das Beste, was ich bisher je kreativ erschaffen habe. Ein paar wenige ausgewählte Leute aus meinem persönlichen Umfeld durften ihn schon hören. Und alle haben unabhängig voneinander gesagt, dass das übelste Ovum ist, dass der übelst gut ist. Und bisher hat noch nie jemand auch nur die leiseste Kritik geäußert. Jeder fand es einfach ultra nice. Und ich kann euch auch sagen, dass es soundtechnisch diesmal richtig krass ist. Wir mischen ja alles selber ab. Ich bzw. mein Kumpel und ich, wir mischen ja wirklich alles selber ab. Also es ist wirklich komplett self-made, außer der Beat, den haben wir uns gekauft. Aber das klingt wirklich geil. Also es ist nochmal soundtechnisch deutlich, deutlich über all dem, was ich bisher veröffentlicht habe. Mein Sticker-Song, mein Animal Crossing-Rap-Song. Die beiden Lieder waren ja auch schon ganz gut produziert. Aber man hat immer noch stark gehört, dass es von einem Amateur gemacht wurde. Aber dieser Speziesong, das ist wirklich next level shit. Wie gesagt, der Sound ist next level. Das Musikvideo reißt sowieso alles ab. Das wird richtig krass. Also das ist top einfach alles, was ich bisher gemacht habe. und ich hoffe einfach nur, dass es euch gefällt. Und ja, bevor ich mich jetzt gleich wieder an meine ultra spannende Arbeit setze, möchte ich euch jetzt noch was Kleines geben. Und zwar noch einen kleinen Teaser, was euch nächsten Freitag erwartet. Ich hoffe einfach, dass der Support nächsten Freitag da ist. Ich bitte euch vielmals um Verzeihung, dass ich aktuell nicht so auf YouTube da sein kann, wie ich will. Ich will eigentlich jeden Tag meine zwei Videos machen. Hochqualitative zwei Videos. Aber wir sind aktuell die Hände gebunden. Ich bin aktuell noch begraben mit Sachen, die mir keinen Spaß machen. Aber der Tag der Befreiung rückt immer näher. Er rückt immer näher. Und so lange gilt es einfach noch, für mich und für euch durchzuhalten. Euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Äh, zuhören. Nicht zuschauen. Doch, zuschauen auch. Danke für euer Verständnis. Und jetzt viel Spaß mit dem kleinen Teaser. E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E-B-E Vielen Dank.